Volles Haus in Stuttgart. Die zweite Bundesliga, so gut besetzt wie vielleicht noch nie. Patrick Klandt wehrt die Flanke ab, ganz gefährliche Aktion. Der V-Verlossener Brück ist aus Jahren der Abstinenz zurück im Unterhaus. Da kann er sich nur ärgern. Boah, klarer Elfmeter, was für ein Foul. Dudziak hämmert von hinten rein. Kann sich der 1. FC Nürnberg in der zweiten Liga akklimatisieren. Und jetzt muss er bald sitzen. Und jetzt sitzt der Ball, Tom Weiland. Und provokant jubelt er vor den Heimfans. Kittel bleibt eiskalt. Da hat er zu viel Platz, aber auch eine richtig gute Übersicht. 1-0 für den FC Herzgebirge Aue. Wer steigt auf und wer steigt ab? Die zweite Bundesliga, so gut besetzt wie vielleicht noch nie. Lee nickt das Ding ein. Der Aufsteiger geht in Führung. Die zweite Bundesliga bei Heisenbergs Prefiefer. Der Aufsteiger geht in Führung.